Ja, ich habe das nächste Teammitglied gefunden, das ist Richard und der lebt sogar noch. Auch wenn es irgendwie nicht besonders gut um ihn steht. Ich werde hier wahrscheinlich erstmal rumtänzeln, bevor ich ihm helfe. Alles nicht so nett. Ein bisschen im Licht bleiben. Wer hat ihm das denn angra... Tür zu. Versuch mal da rauszukommen, du Pisser. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht so eine große Klappe. Wo kommt der da raus? Jetzt bloß in die richtige Richtung drehen, sonst reiße ich ihn auseinander, was? Hilft das was? Ich weiß ja nicht. Ich bin ein bisschen skeptisch. Was macht das? Er protestiert noch nicht. Oh mein Gott. Was? Wie? Was? 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 Let me go! Take her! Just let me go! Shit. Shit. Oh, Colm. Nicht sein fucking Ernst. Yeah! Wow. Kann nicht viel machen. Es geht einfach rein in die eiserne Jungfrau. Kann ich keine Streichhölzer mehr einsammeln. No no. Ach, hier bin ich wieder. Ähm. Es fühlt sich immer so... Ah, da ist das, was ich will. Ähm, es fühlt sich immer so an, als würde man offene Enden zurücklassen in diesem Spiel, ne? Ich gehe dann doch noch mal da lang. Gehe ich da lang? Oder gehe ich hier hoch? Kann ich jetzt hier rum? Warte. Oh! Erstmal hier gucken. Hier geht nichts. Ähm, haben will. Jawohl. Oh. Jawohl. 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 Ah, das Kind wieder. Das Kind. Oh, Gott. Gott, little one. Did that machine... Did... Did it hurt you? Did I... Hurt you? Shit. Shit. I know. I know it's happening to me. Just like Leon. I know you're still me. You're still here. I can feel you. I'll get out of this. I promise you. You won't be born in the dark. Da... Da drängt doch wirklich die Zeit. Was passiert hier gerade? Oh! Oh, Gott, nee. Ähm. Ah. Das wird ja immer feindlicher hier. Ja, ja, ja. Okay. Schön. Hier kann ich was schalten. An und aus machen. Warte. Was ist denn da? Ups. Irgendwie muss ich mit den Dingern so arbeiten, dass das vielleicht blockiert wird. Ich guck's mir nochmal von unten an. Der eine ist ja hier schon runtergefallen, was der weggespült wurde. Oder soll ich einfach nur hier auf eine andere Seite rüber? Nicht wirklich. Also, ich muss da bestimmt was reinstoßen oder so. Wurde schwer, ehrlich gesagt. Na, jetzt wird's ja witzig. Jetzt muss ich... Äh. Muss ich vielleicht irgendwie... Das reicht doch niemals, dass da jetzt irgendwas schwingt. Äh. Was macht denn das überhaupt? Ah, das macht die hoch und runter. So. Vielleicht muss es unten sein, damit's da überhaupt rankommt. Also, meine Theorie ist ja, dass es blockiert. Oder blockieren soll. Dafür muss es natürlich den Weg schaffen. Gibt sich gar nix. Gibt's das? Hier ist noch eins. Dann kann ich nichts machen. Oh, Mann. Was soll ich denn hier tun? Hier ist noch eins. Also, das ist mir noch nicht so ganz klar. Gibt ja nun mal nur zwei Hebel. Gibt's doch bestimmt einen da reinbekommen, oder? Das geht nur, wenn der oben ist. Ich probier das da nochmal. Dass der da reingeschreddert wird und blockiert. Oh, oh Gott. Oh, wunderbar. Oh, Gott. Was, 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 was ist das denn? Okay, es, es war nur ein Händchen. Ah, ich steh schon. Rennen. Da hoch? Nee. Oh. So, hm, wo bin ich? Da schaff ich's doch nicht hoch. Wo geht's noch raus? Ach, du Schreck. Ei, 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 ei. So, erwartet nicht von mir, dass ich jetzt meine... Meine Streichhölzer verballert. Wobei, irgendwas muss mal passieren. Ach, scheiße. Äh, nix, verdammt. Ach, was soll's. Mehr ist hier nicht. Doch, da ist mehr. Nachschub. Wenigstens Nachschub. Okay, ähm, was macht das? Ein Aufzug für mich? Aha, tatsächlich. Hä. Achso, eine Tre... Äh, Leiter. Oh, die ist hoch. Das hat sie fürchtlich richtig erkannt. Puh. Nichts. Ist da runtergefallen. Aha, wie steh ich eigentlich da? Acht von zehn. Ja, die nehme ich natürlich. Ich glaube, da war ein kurzes X gerade. Da wären vielleicht drei drin gewesen. Aber ich konnte nur zwei nehmen. Aber ich sag's noch mal, Lampenöl wäre auch mal wieder ganz schön. Ja, gut. Was? Ernsthaft? Achso. Ups. Mama Mia. Kann ich die eigentlich hinter mir zumachen? Nicht wirklich. Ah, hier war ich. Hier war ich. Ja, ja, Kindchen. Alles gut. So, jetzt sehe ich auch zum ersten Mal die Pfeile, die hier angemalt sind. Oh. Ähm, allerdings... Das hilft mir herzlich wenig. Da komme ich irgendwann mal her. Da komme ich jetzt gar nicht lang. Ach, scheiße. Ja, das ist finster. Haha. Mist. Komm, mach mal ein bisschen Licht hier. Ein bisschen wenigstens. Können wir hier mal was anmachen? Nee. Okay, okay. Okay, das war's aber auch schon. Ich lauf genau umgekehrt, ne? Ich lauf jetzt diesen Pfeilen entgegen. Um hier wieder rauszukommen. Waren die am Anfang alle sichtbar? Und ich hab die echt ignoriert. Haha. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Was knuspert denn hier schon wieder in der Gegend rum? Ja, alles gut. Alles gut. Raus hier. So. Jetzt haben wir aber alles durch, oder? Das ist Sackgasse gewesen. Da hab ich irgendwann mal reingeleuchtet. Ich erinnere mich dunkel. Haha, dunkel. Nee, ist klar. Ähm, hier kam ich an. Ja. Okay. So, das heißt, irgendwann komm ich aus ner Tür raus. Und zwar aus dieser. Wo ich das eingesetzt hab. Und dann nehm ich's da wieder raus. Und dann hab ich zwei Energiezellen. Ah, ich find ihr Voice Acting echt toll. Auch ständig dieses... Okay. Ja, diese Angst bringt sie super gut zum Ausdruck. Dieses ständige Unwollsein. Was ist jetzt los? Kommt da wieder dieses Zeug? Ich hau ab. Ah! Das ist aber nicht gut. Hallo. Scheiße. Oh. Damn it. Das klappt einfach nichts. Wow. Wer bist du denn? Die war doch gar nicht so böse. Oder das? Wie ich erst dachte. Oh. Are you there little one? I hope you're alright. I need to... Need to find another way back to the world. Oh. I have no idea what we did to deserve all this bullshit. Hm. Mann. Ja, ist okay. Ich mach an. So, guck hier. Licht. Alles gut. Hier sind sowieso nur Streichhölzer. Ach. Hier ist doch... Ist doch... Reicht denn das nicht? Das reicht überhaupt nicht. Äh. Ich sollte mich mal ein bisschen beeilen, was? Oder gehört das jetzt zu der Nummer dazu? Ich fürchte, das gehört auch dazu irgendwie. Oh, ich kann mich nicht aufrichten. Ach, Mann. Ach, komm. Hä? Jetzt hält noch nicht mal mein Streichholz. Oh, das ist der Weg. Der war vorher nicht offen. Mach mal hinter mir zu. Ha, ha. Mann, ständig dieses Geklibber hier. Als wenn ich mich echt nicht wohlfühle. Kann ich mal wieder ans Tageslicht oder so ähnlich? Das würde mir gut tun. Oh, dem Kind geht's wirklich auch nicht gut. Oder das sind Visionen, dass sie irgendwie Angst hat, dass sie das an ihr Kind weitergibt. Dass das nicht Alice ist, sondern die... I'm not sure about this little one. Ungeborene. She lives this way. I just hope there's another way back to the portal through here. So. Hm. Lampen, Öl bitte. Jawoll. Mann, das ist doch mal wieder was. Ein mittleres Wein damit. Drei von zehn. Besser als nichts. Jetzt sammle ich lauter Zeug hier, ne? Was ist überhaupt mit diesem Ring? Ah, der war optional. Ich glaube, den hätte ich nicht nehmen müssen. Den trage ich jetzt halt mit mir rum. Das benutze ich nie. Den brauche ich eigentlich auch nicht. Ob ich diese Flaschen noch brauche, ist ja auch die große Frage. Ja gut, dann kann ich mal wieder Lampe machen. Geht's hier durch? Ja. Oh. Oh, das ist aber... Das hält jetzt auch nicht lange an, ne? Hier jetzt irgendwas anzuzünden, ist auch sinnlos. Also irgendeine... Ah, okay, ist nicht sinnlos. Ist ja gut. Dass man hier mal einen Safe-Spot hat, wenigstens. Oh. Gibt's denn hier was zu lesen? Und was freizulegen? Jawohl. Ja, passt. Kann sie das lesen? Ne, das kann sie wieder nicht lesen. Doch. Das sind die sieben Herrscherinnen aus Ur-Nayas Linie. Ur-Naya, die vereinende erste Herrscherin. Irene, Seestern, sperrte Inseln. Was? Takimira von den singenden Reben. Taranga, die Erbauerin. Marai, Steinherz. Was sind denn das für Namen? Gesegnete Atua mit der goldenen Hand. Tihana, die letzte und ewige. Das ist doch wieder dieses... Dieses Bauernartige. Ist das hier nur Story gewesen? Bin ich hier falsch? Oh. Was machst du? Was machst du? Ich bin... Ach so. Da, da, wo es nicht weiter ging. Ja. Ich kurbel. Oh, das... Oh Gott. Wenn das zugeht und mich erschlägt, dann ist es aber auch vorbei. Deswegen gucken wir erstmal, ob es wieder zugeht. Wahrscheinlich nicht. Oh, wehe, wehe. Ah! Gott, das kann doch nicht wahr sein. Das ist ja richtig hinterhältig. Ja, kann ich gleich reinrennen und dann die Lampe anmachen oder so. Hm. Oder auch eine Fackel. Und gleich die nächste. Hm? Oh Gott, das war... Auf den letzten Meter wieder. Oh, es geht sogar auf. Wer ärgert mich? Mann, ich hab doch Licht gemacht. Warum flippt sie denn jetzt hier schon wieder aus? Lebt es? Es lebt. Gut, dann geh ich nicht in die Richtung. Okay. Wahrscheinlich muss ich in die Richtung. Keine Ahnung. Äh, ist hier irgendwas von Bedeutung? Scheiße. Das war's mit meiner Lampe. Ach man, Mädchen. Das macht mich wahnsinnig hier wirklich. Das ist jetzt langsam nicht mehr hilfreich. Ach, hier. An ihm vorbei, letztendlich, ja? Mhm. Ach, dann renne ich halt. Oh! Hä? Wie jetzt? Ich laufe vorbei. Was soll's? Jetzt bin ich vorbei. Komm mal her, hier. Äh, wo bin ich denn jetzt? Wo hänge ich denn jetzt dran fest? Hoppala! Rennen wir wieder ein Stückchen, ja? Okay. Da steht ja noch so einer. Geht's hier eigentlich raus? Äh. Gar nicht. Aber so gar nicht. Äh, wo geht's denn hier rein? Äh? Das ist eine Abkürzung? Ah ja. Sehr gut. Äh, ich weiß bloß nicht, wo ich bin. Haha. Das ist der... Uhu! Nachteil daran. Hä? Nicht... Nix ist. Auf gar keinen Fall. Äh. Ach, das bringt doch hier alles nichts. Das freut mich. Das freut mich. Äh. Ich drück alles. Ja, Scheiß, das hab ich auch verschwendet. Oh nein! Hier wär auch noch... ...ne Fackel gewesen. Aha. Und noch eine. So. Hab ich mir das eingebildet, oder... ...war das real? Ja, ne. Da gehen wir nicht hin. Da gehen wir aber mal so gar nicht hin. Ah, toll. Dead End. Super. So, ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Irgendwann bin ich mal da nicht durchgekommen, aber jetzt komm ich da durch. Das wird ja wohl der Weg sein. Alter, hier sieht man ja nichts. Äh. Komm, geh da durch. Soll das so? Muss das so? Ja, ich denke schon. Machen wir ein bisschen Licht. Wenigstens ein bisschen. Ehrlich, mir reicht's. Ich nehm jetzt ein bisschen davon. Wobei es mal ja... Ja, mal hieß, das hilft nichts, wenn sie eh schon aufgeregt ist. Aha. Ja, aber das bringt doch nicht. So kannst du jetzt hier nicht deine... ...deine, ähm... ...deine Streichhölzer verballern, ne? Ach, wieder so ein Labyrinth, ey, das... Geht's da weiter? Ich würde das gerne... Ach, nein. Ach, jetzt auch noch das Kind. Hab ich nicht schon genug um die Ohren? Das krieg ich doch da niemals raus. Ach, schieben? Schieben. Okay. Ach, komm, gib mir mal ein bisschen Licht, ey. Das ist ja... So. Können wir damit leben? Ja, ne? Ist das... Die Frage ist, es hilft mir dieser Raum was. Och, nö. Ist das echt, wenn da zu viel draufsteht? Ja, tatsächlich. So, wir haben... Fünf. Sieben. Neun. Neun Streichhölzer und eine Sackgasse. Ne, stimmt ja gar nicht. So, und jetzt... Achtung, gleißendes Sonnenlicht. Oder auch nicht. Ach, Leute, ey. Nein. So, nicht euer Ernst. Jetzt muss ich hier durchwenden. Ha, ha. Ähm, außenrum. So. Wo sind wir denn jetzt? Äh, uah. Oh, Gott. Oh. Was ist das hier? So, keine Zeit für fiese Matenten hier. Was ist das denn für eine Sackgasse zum Auf... Aufwärmen? Ach, Mann, Scheiße. Ah, ja, hier. Ah. Tja. Oh, hier ist doch was. Was zum Lesen. Dafür habe ich noch Zeit. Fuckin' Monster. Fuckin' Monster. Everywhere. Scraping through the roots. Sniffing. Hunting. Trying not to lose it. Trying not to lose it. But I'm so... Fuckin' scared. Of them. Of me. Too scared. I'll keep blacking out. Waking up where I shouldn't be. I don't remember where. So angry. I was known on a fucking bone when I wake up. A fucking bone. Leon. It's... It's Leon. Remember. Wo geht's hier raus? Also den... Den fiesen Akzent hätte ich nicht verstanden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wollte zu machen. Dann eben hier landen. Nein. Nicht da landen. Hehehe. So. Treibst du mich an oder... Uah. Ich wollte an ihm vorbei. Hey. Ja. Uah. Uah. Was denn jetzt? Sie dreht sich. Das ist ungünstig. Äh. Nicht normal. Ach komm. Wollt an dem vorbei. Ja. Irgendwann muss auch mal Schluss sein, was? Ja. Zweimal darf man sich nicht erwischen lassen. Das ist die Frage. Wo werde ich wieder rausgeschmissen? Oha. Äh. Interessante Stelle. War ich da schon? Konnte ich da vielleicht gar nicht rauskommen aus der Nummer? Äh. Entschuldigung, aber das muss jetzt hier reichen. Ich, äh. Ich mach jetzt hier eine Abmod. Hehehe. Meine Streichhölzer. Naja, gehen noch. Lampe ist nicht. Aber ich werde langsam wieder... Warte mal. Vielleicht ist es auch nur das Kind. Wir sind wieder etwas unruhig hier. So. Schon beruhigt. Ha. Hoffentlich bleibt so. Bis zur nächsten Folge. Sie muss ein bisschen Zeit jetzt überbrücken. Ich auch. Und ihr auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja. Es geht schon wieder los. Ich glaub. Es geht schon wieder los. Schnell zum Ende kommen. Liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Äh. Tschüss. Tschüss geht.